Hallo Leute und willkommen zu einer kleineren, einer kleinen Runde Minecraft Bad Wars auf Hypixel. Wieder mal mit, mhm, Rotbacke. Der ist hier in der Menge drin. Hallo. Ja, hallo. Äh, ich spiele heute auch mit, mhm, zu der Stütze eine Runde Bad Wars. Jau. By the way, ich glaube, du bist auch nicht gerade gut. Ich bin absolut grottenschlecht. Ich bin, äh, ich spiele das nicht sehr häufig, deswegen, äh, ich bin schlecht. Damn. Ja. Also bei mir kommen wahrscheinlich auch mal wieder ein paar Wrestle-Videos demnächst. Oder seht ihr dann was Gescheites? Ja. Äh, ja, klar, ne. Jedenfalls bin ich aktiver als du bis jetzt. Mhm. Ja, ja, das... auf jeden Fall. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Hast du das mit... Beat Bridger mal. Moment. Ja? Probier, probier. Ich baue es mal mit Endstein ein hier, ne? Also Wolle ist ja für Loser, Mensch. So weit weiß ich, dass man es nicht mit Wolle einbaut, weil das kann man mit der Hand abbauen und das nicht... Woher hast du jetzt schnell Endstein bekommen? Äh, gecheatet? Nein. Ähm. Ja, ich bin hier kreativ. Ja, ja, natürlich. Oh Junge, fast durchgeglitscht gerade. Ja, das glitscht manchmal hier sehr. Das ist manchmal ziemlich scheiße. Ja. Ähm. Ich habe einen Emerald. Wollen wir ein Brückenei kaufen? Ein was? Ein Brückenei. Hast du schon mal gespielt damit? Nein. Warte, ich hole einen zweiten Emerald. Ich habe Eisenschwert. Junge, ich kann alle so wegklatschen. Ich bin komplett... Ich habe Eisenschwert und alles. Ich habe Eisenschwert und alles. Warte, ich hole Feuerball, falls es geht. So ein Opfer. So. Äh. Feuerball. Ich habe schon einen Feuerball, also. Ich glaube, da kommt Rot. Nein, kommt nicht. Wir können zu Gelb rüber gehen. Wenn du schnell bauen kannst, können wir zu Gelb rüber gehen. Der verlässt die Base. Hier. Können wir direkt rüber gehen. Oh, wow. Ha. Krass. Ja, okay, los. Okay, dann... Ja, ist egal. Ich habe Eisenschwert. Ich kann... Warte, ich kann... Aber warum leckt das so krank, Alter? Keine Ahnung. Okay, er hat dich... Er hat dich plattgemacht. Er hat dich plattgemacht. Er hat dich plattgemacht. Ach, der hat Feuerball. Er schießt mich weg. Er schießt mich weg. Er wird wegschießen. Ich muss... Ich muss auch gehen. Ich kann nicht sterben mit dem Zeug, was ich habe. Ich habe Eisenzeugs. Ja, ich vermute, er wird jetzt rüber kommen. Aber ich habe ja einen Feuerball. Ich kann ihn ja wegballern. Ja. Warm. Und komplett daneben geschossen. Ja, er soll... er soll nur kommen. Ah, scheiße. Ja, nix, nix. Wir teamen nicht, ne? Wir wollen safe, dass wir Team so wieder hier haben. Hm. Sneak mir das die ganze Zeit. Alter, was willst du denn? Keine Ahnung, was es ist. Ich habe ihn. Scheiße. Was? Ja! Komm, komm, hau weg. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich habe ein Herz. Ich habe ein Herz. Ich gehe weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Lebst du noch? Na, ich bin tot. Ich, ich, ich laufe weg. Ich laufe weg. Ich laufe weg. Ich laufe weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Ja, der kommt zu uns. Der kommt zu uns. Schnell! Er ist fast da! Okay, ich versuche auch rüber zu kommen. Schnell. Ich bin halt in der Mitte jetzt gerade. Ich bin halt immer noch fast im Arsch. Aber... Ich habe 1 Maragd. Scheiße! Okay, ich komme. Ich komme. Ich bin... Ja, der hat ein Verzauertes Eisenschwert. Und, äh, Chain. Also... Ja, ganz nett. Ja. Der ist gleich weg. Ich bin ja grün doll. Entschuldigung. Ey, wo ist er hin? Oh, der kämmt hinter der Base oder so? Ne, der ist... Der ist doch runtergefallen gerade eben. Ah, leid. Ja, der steht doch auch im Chit, dass du ihn umgebracht hast. Ja, ich guck doch nicht den Chit, Alter. Ja, ja, das ist ne Verloser. Ja. Was krieg ich für 1 Maragd? Oh! Oh fuck! Man kriegt ja voll damit. Ja, ich dachte, ein Gegner ist das. Was krieg ich für 1 Maragd? Wahrscheinlich gar nichts. Brückenei. Das ist ne Brückenei. Ah, das Zeug, was du da benutzt hast. Ja. Mach mal ein bisschen hier. Bad Defense, muss ja sein. Mhm. Brückenei. Der Klumpen ist das Beste. Ja. Ja, ja. Das ist halt wirklich krass, weil die halt keinen Plan haben mehr, wo das Bett ist dann. Am besten... Am besten bräuchten wir einen Wassereimer. Ja eben. Wir brauchen einen Wassereimer. Hast du Gold noch? Ja. Vier? Ja, ja. Ah, brauchen wir gar nicht. Ja, gib doch! Gib mir einmal ein Gold. Einen Gold brauchen wir. Thanks. Da können wir nämlich zwei Wassereimer da drauf packen. Weil ich hab schon einen. Dann packen wir noch einen zweiten da drauf. Dann haben die nämlich keine Chance. Ich baue mich am besten bisschen hoch auch. Hab ich schon. Okay. Ich hab halt noch einen zweiten Wassereimer. Ich hab noch zwei Wassereimer. Könnte ich eigentlich für Water Emelie benutzen. Aber ich pack hier nochmal einen hin. Zack. Warte. Ich block das mal. Äh, damit. Wenn wir jemanden runterloggen. Locken. Ja. Loggen. Was machst du da? Was? Was mach ich? Mach doch keinen. Ja eben. Oh, ich hab ein Steak Eisen. Kannst du nicht kaufen? Ja. Ein bisschen Holz. Kann ich schaden noch? Ja. Alter, wenn wir das nicht... Das passiert auch nicht. Oh sch... Was? Hier fällt man richtig easy runter. Ich mach auch dir mal. Okay, ähm. Ich mach auch hier mal alles safe, sodass wir hier nicht runterfallen am Ende. Alter. So, wir haben unsere Basis umkreist. Jetzt hab ich natürlich auch keine Blöcke mehr. Warte, hier nimm mal Eisen und Koffe davon, äh, Rüstung. Ich hab... Ich hol mir ein paar Dias. Ich hab doch... Achso, achso. Ja, ich hol mir ein paar Dias. Ja. Warum hab ich so ein Schweinspferd gekauft, Alter? Ich hab... Wollte gar nicht klicken. Oh mein Gott, ich hab TNT. Hat Blau noch sein Bett? Ja, ich kann... Oh verdammt. Ja, Blau hat noch. Ich hab ein TNT. Damit könnten wir... Ja, nimm mal da auf das Bett drauf an denen dann. Auf welchen? Auf das von welchen? Und Blau? Nein, oder? Scheiße. Einfach runtergefallen, Alter. Aber da... Es ist ja sehr gut, dass ich mich... Türkis, komm. Türkis? Echt? Scheiße. Ey, ich bin jetzt grad echt gar nicht ausgestattet. Bug, hab mich. Was? Ist jetzt bei uns? Ja, ich bin auf die Brille gegangen. Ich bin fast runtergenockt sogar. Ah ne, er haut wieder ab. Er haut ab. Er hat zu viel Angst. Was wir jetzt am besten hier noch machen werden, ist... Wir machen am Ende das hier alles. Nee, 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 das kannst du keinem erzählen. What was this? I don't know. Oh shit. We're getting eliminated! Yes, I... I... Is he a little bit stupid? He is very much stupid. Wusstest du das, wenn die Dingerfell immer noch umleiten kann? Natürlich, hä? Wer weiß das nicht? Naja, das ist auch ein Heilkitz. Auch bei Kitzel geht es vollkommen. Ja, warum sollte es nicht gehen? Weißt du, es geht mit euch. Komm, wir haben ein Steinschwert. Wir müssen... Komm, wir gehen mal zum Dia-Spawner. Ja... Muss man... Ja, ich bin... Ich bin hier schon bei... Bei... Ah, hier ist ein Smaragd. Hier, wo ich bin. Oh! Oh, wow, 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 wow. Okay, okay, hinter... Hier vor mir ist jemand. Vor mir ist jemand. Ich kann runter. Ich sneak mich einfach hinter ihm in seine Base. Ich sneak mich in seine Base. Ich sneak mich in seine Base hinter. Oh nein, der hat mich gesehen! Komm, komm, komm! Scheiße, 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 scheiße. Ich hab drei Dia-Spawner. Ich bin schon. Mann, ich dachte, ich kann mich in die Base sneaken und dann, dann... Das war unlucky gerade. Das war... Okay, ein Knockback-Stick. Hä? Ja, ein Knockback-Stick, das ist... Okay, hilf! Scheiße! Ha, hab ihn weg. Ich hab drei Dia-Spawner. Und? Da ist Explosion. Warst du das? Ich hab mal Heilungspool und Protection gekauft. Es ist sehr gut. Ich hab wieder Eisenschwert. Also bin wieder sehr gut. Ich hab eine Idee. Und zwar... erst mal dieses Loch hier weg. Und zwar... Ich hab noch mal zwei Dia-Spawner. Was? Ich hab noch mal zwei Dia-Spawner. Das ist sehr, sehr gut. Alter, ich glaub, so lange habe ich noch nie überlebt. Ich hab auch noch nicht so lange überlebt und ich hab auch noch nicht so... Ich hab auch noch nie so viele Kills gemacht. Ich hab noch nie irgendeinen Kill gemacht gefühlt. So wie ein... Goldener Apfel wäre halt ganz schön voll. Ah... Eine Ender-Perle wäre so... Göttlich, wenn ich die jetzt... noch hätte. Wie kostet denn Eisenschätzchen Gold? Komm, nochmal. Eisenschätze haben wir aber nicht für immer, ne? Nein. Na komm, ich kill den jetzt einfach. Ich krieg das schon hin. Äh, er sieht mich. Kannst aber zur Türkis kommen. Schnell. Wenn's geht. Und er hat mich gesehen und ich bin wieder weg. Ich hab grad meinen... Okay, okay, okay. Junge, ich krieg den doch. Den krieg ich doch, den krieg ich doch. Ich krieg den doch. Ja okay, okay, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Aber es ist gut, dass wir noch unser Bett haben. Es ist nicht mal so selbstverständlich. Ich brauch jetzt mal Schärfe. Ja. Junge, Eisenrüstung komplett, alter. Geistestrank. Ja, ich hab komplette Eisenrüstung. Und ein paar extrem sehr, sehr, sehr viele Blöcke. Ander... Anderthalb Sticks. Alles klar. Ich hab ein bisschen Gold und alles hier rein getan. Falls du brauchst. Lebt Blau noch? Ja, dann können wir doch eigentlich... Okay, Blau kommt wieder zu dir. Was? Weiß nicht, ob Blau jetzt... Ich hab ein bisschen Glas gekauft. Ich hab keine Ahnung, ob das hier ist. Hast du einen Kasten? Nee, kannst ja mal in die Mitte gehen. Ja, werd ich auch jetzt. Weil... Ja, unsere Base sieht schlimm aus. Ja. Aber das ist die Taktik. Da haben die dann gar keinen Bock drauf, hier hinzukommen. Äh, unsere Base hat gerade geradet. Echt? Ja, okay. Dann geh ich wieder zurück, würd ich sagen. Wer ist da? Wer ist da? Blau? Ja. Ja, perfekt. Perfekt. Dann kann ich weiter in die Mitte. Alter, wie krass wir überleben einfach. Junge. Ich fix mal ein paar Löcher hier. Jojo. Zwei Smaragde. Okay, dann krieg ich noch einen vierten zusammen, auf jeden Fall. Oh scheiße. Bist du grün? Sind wir grün? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm zurück. Ja, ich bin... Bist du... Bist du in der Base? Ja, nein. Ich bin gerade gestorben. Ja, ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein die Base. Ich... Die haben abgebaut hier. Und so schnell kann ich... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Nein, ich bin... Ich bin... Ja, ich hab vier Smaragde. Ich könnte mir Enderperle kaufen. Ich bring mich ganz sicherlich nicht jetzt um. Komm. Und jetzt. Komm, 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 komm. Komm, bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn auch. Ich hab den anderen. Ich kauf mir eine Enderperle. Und dann dann... Ich kauf mir eine Enderperle. Und dann geh dann zu irgendeinem Team rüber. Ich hab halt vier Smaragde, ne? Der ist halt geisteskrank. Enderperle. Zack. Und ich hab einen Dia noch. Den kann ich auch geraten. Alter. Wie krass. Dann teleporte ich mich, glaub ich, blau. Das ist das Sinnvollste eigentlich gerade. Dann hol ich mir aber noch... Wie hat das Wasser geglockt? Warst du das? Nein, ich war das nicht. Das war irgendwie anders. Das waren wahrscheinlich die Türkisen, die das mitgemacht haben. Ich kauf mir eine Axt und eine Schere. Ich habe nicht genügend Eisen für eine Schere. Kann ich auch eine Schere, falls du willst? Ne, ne. Ich kauf mir einen. Ich kauf mir einen. Und einen Feuerball kann ich mir auch nicht mehr kaufen. So, jetzt hat... Dann geh ich zu blau rüber. Alter, bin ich krank ausgerüstet. Irgendwer ist hier. Ah, das bist du. Bei blau ist auch gerade keiner in der Base. Ich glaub, der ist AFP oder so. Keine Ahnung, was der gerade am Machen ist hier. Ich bin fast schon in der Base von blau. Ich kann gerade echt... Scheiße! Wie? Wie? Oh, Scheiße! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich hab das Bett, ich hab das Bett von hinten. Und ich bin aber tot, ich bin aber tot. Okay, alles klar, ja. Dann... Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und dann... Tschüssi!